warte auf mich ich will auch ganz nah sein wie schon immer die können bestimmten kampf gebrauchen die dinge welche dinge weil diese eisdinger oder nicht ich dachte wenn du die anschließend kaputt oder so na klar ein sturm scheiße sieht das gut aus ich möchte nicht in den sturm eine vision ich bin hinter dir von jd angepisst wortwörtlich oder im übertragenen sinne ja gesagt man irgendwas hat er gefragt man kann mir nicht vertrauen blablabla ich bin gedacht hat die fresse blumen schockt nur mit wir haben noch so eine marx auf dem skiff glaube ich ja einem ist da noch also immer die frage ich weiß nicht wie viel schade wie viel schuss die buch dann hat ist jetzt nicht so viel aber richtig von dem wieder weg jamison depot steht dort auch und ganz verlesen ja alles uncool ist alles uncool hilf mir das ist ja weil mein auto geflogen ja ich glaube nicht boom shot boom shot ich habe auch mal die falle dahin gemacht ja der wind ist ein bisschen ja mensch wind der wind der winter sind ja ich habe noch einen schuss sehen behalten mal ich hab noch spieler genäht ich kann nicht schock sagt der die feckung kaputt gemacht das uncool von ihm jetzt kann ich besser warum kann ich nicht bis dahin werfen was war das ja wegen wind ich glaube ich glaube er macht mit meiner weiter irgendwie macht die long shot nicht so viel damage wie ich gehofft hatte hat er irgendwo so einen so einen weg spot ich glaube die das fleischige an ihm ist glaube ich der weg oder was das fleischige an ihm er hat doch so metallteilen und dann nur fleisch warum man nicht so für die brüche hat das also ein try shot dazu war dicke waffe haben willst wir haben so die bücher wasser meistern richtig gedroht wir sind jetzt drin hier ist doch ein tür ja es war nicht so richtig vielleicht irgendwas wo man ja wir müssen aber ganz außen rum nicht so rein schickt und er macht es dann alles und dann sind wir fertig hier kann ich auch durch ja ist wenn ich durch bin wirst du das zwei in so einem gang unmöglich nein hier ist ein overkill das ist in irgendeinem spiel auch mit drin kann man da auch rein in die tür ich glaube nicht da war alles voll mit schutt aber ja das ist also diese diese station hier gibt es auch in einem von den ersten drei ich weiß gar nicht mehr in welchem du hast mag das gehört suchen wir einen anderen weg was ist das da vorne warte mal oh nein hey 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 es ist anhelmi schön anhelmi und der ist dann immer dann denken sie auch mal hier gibt es jetzt so richtig schön schöner hat kopfschuss besser als die buch oder willst du dachte du meinst das andere ist aber mit das teil meine ich noch nicht schlecht nein ich wollte nicht die tür auftreten ich niemals gesagt nein weil sie kommen schon hier runter nach uns zu sagt schockfalle junge dann lass sie kommen hast du noch mehr davon leider cool ich glaube schon also ich habe die tür auf jeden fall aufgedreht aber hier können wir auch ein guck mal ich weiß es nicht ich weiß auch nicht wo es weiter geht hätte ich gesagt weil die garage hier kann man auch aufmachen also kann man auf jeden fall runter ok er weiß ich nicht gehen jetzt da an oder gehen wir erst dahin hier ist ein tresor ich glaube jetzt nur so ein tresor das war ja nur forschungspunkte was so einer oder mehr so drei ich glaube ich wieder vier fehlen noch drei ich glaube ich hätte mehr reinge muss dann kommen wir nicht mal raus jetzt sind wir drin alles richtig gemacht kannst du eigentlich auswählen wie kann man die noch mal ausschalten mit öffner das ist auch schon ja das ist keine das ist auch blöd ich kann nichts auswählen ich kann nichts gehen mir graut schon wieder ein bisschen davor wenn wir eine neue fähigkeit zu kommen ich finde es gehen nicht so schlimm ehrlich gesagt dass du nichts aus wie er doch das ganze spiel dann auch ja aber dass also dass wir generell jetzt nicht gehen kannst du nicht so schlimm ist halt nur doof und die übernehme ich ja alles klar und wann gehst du vor hochwerten oder ja 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 ich will ja noch an die das weil er ist noch einer da sind viele ich glaube sie wohnen hier ich glaube ich noch mehr ich bin das gar hier ist noch einer aber der stone 2 ist gut man ich krieg das nicht hin auch und noch verrückt warte mal warte mal bevor du durch gehst ach dein skill da ich kann nichts aufsehen ich nehme die einfach mal mit scheiße nicht lebe das ist noch mehr soll ich die damit direkt ich weiß nicht wie viel wie viel schaden macht oder warte mal ich habe diese trieche schon meine ich ja ja warte okay warte jetzt aber vorsicht hier sind noch mehr gas was so als wolle uns jemand aufhalten aufhalten uns nachher gut dass ich hier schon mitgenommen habe das war eine sehr gute idee aber okay verrecke aber was macht man ja ich bin am boden ja ich auch gleich meine güte du ich mach mir doch mal kopf sind sie weg toll ganze muni verballert dafür kann es ja also weg und erst dann ja 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 jetzt noch mal ich mit der fernische wie geht es keiner Wir sind ganz viele Egel Ich habe auch so viel, das wird aber auch nicht weniger Doch, doch Also weniger sind es auf jeden Fall geworden Spatisch Echt witzig Oh, hier liegt ein Läscher Aber ich glaube, ich kann die aber nicht mitnehmen Müssen wir hier rein? Nicht Nein Pja, leider die Mach die E-Longshot Und eigentlich, wenn man damit Ja, alles klar Wenn man damit gut schießt Macht die glaube ich schon Aua Ja 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 Ja